Luke Mockridge unterstützt Uli Poche nach seiner Trennung Die beiden halten zusammen. Nach vier Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern gaben Uli, 45, und Amira Poche, 31, vor wenigen Wochen ihre Trennung bekannt. Seitdem scheint vor allem der Comedian unter der Trennung zu leiden, anlässlich ihres Geburtstags widmete Uli vor wenigen Tagen Amira einen Post, und gab zu, als Ehepartner versagt zu haben. Vor allem einer scheint in der schweren Zeit nach der Trennung für Uli da zu sein, Luke Mockridge, 34. Es ist nicht immer alles super toll und eitel Sonnenschein, erklärte der 45-Jährige seinen emotionalen Post auf Social Media gegenüber RTL. Umso mehr schien sich Uli über seine Begleitung zu der diesjährigen Verleihung des Deutschen Fernsehpreises zu freuen, statt Amira stand nämlich Luke am gestrigen Abend an seiner Seite. Er war lange mein Betreuer, jetzt bin ich quasi sein Betreuer, witzelte der Comedian, der zuletzt vor allem wegen schwerer Vorwürfe im Fokus der Öffentlichkeit stand. Doch Luke scheint nicht nur Red Carpet-Begleitung, sondern auch Wingman für den neuen Single zu sein. In dem Interview gab der Ex von Sandy Mere würden, 40, ebenfalls zu, wieder in Flirtlaune zu sein. Ja, ist ganz wichtig. Ich bin hier nur am Gucken. Da vorne zwinkert mir gerade Jorko, 44, zu. Den werde ich auf jeden Fall heute flachlegen, scherzte Uli. Ich bin hier ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017